Hau. Ich bin so fett. Ich hätte mir irgendwie vorgestellt, dass man aus Lebenskristallen sich vielleicht noch ein paar... ...craften kann, die da erweiterten Leben. Die gibt's anscheinend wirklich nur im Dschungel. Finde ich dann schon kacke. Ich nicht, weil ich einen Dschungel hab. Die sind nicht wirklich groß, die sind aus wie eine Blume. Nur mit einem Herz dran. Aber like a cube or what? Nee, ein bisschen verschlungen und die musste zweimal abbauen. Ich muss mit einer Spitze abbauen. Ich hab da noch was von... beim Runterfallen. Wenn ich jetzt nicht mal im Dschungel bin, dann guck ich auch da noch. Das ist unser Ziel noch, dass wir alle beide 500 Lehm haben. Das muss noch gehen. Das ist das Mindeste. Nein. Nein. Das wird schlimmer. Ah, komm, noch mehr. Es geht auf die Stimme. Das darf ich nicht machen. Irgendwann kannst du es nicht mehr sagen. Was machst du bitteschön? Warum stupfst du jetzt die ganze Zeit? Weil ich nicht aufpasse. Kalt ist nicht gesprungen. Warum? Ich bin scheiße, nicht du. Jetzt brauche ich... Wo ist Klott? Eine Botte? Unten bei Accessoires. Mehr brauche ich nicht. Accessoires? Oh, c'est bon. Ah, c'est bon. Oh, das ist nicht. Oh, das ist noch eine weg. Oh, hell, Bad Banner. Ich hab noch ein Banner. Jetzt darf ich nicht zufällig auf Leertasse kommen. Dann bin ich noch mal tot. Wieso? Ich hab nur jetzt eine Clot in der Botte bei. Oh, das ist schlecht, wenn du jetzt failst, ja. Hast du einen Spiegel oder so? Nein. Aber du kannst das nicht einmal. Der hat das gedrückt. Das liegt alles unten. In der Tunnel. Ich bin vom Tunnel nicht gesprungen. Ich hab versucht, mit dem Enterhaken mich noch zu retten, aber das war ein bisschen hektisch. Wesen hat man keine 100 Leben, wenn man verrägt. Wie viel denn? Übervolles Leben. Also, nein. Von Herzenanzahl. Achso. Alles wieder. Fick dich doch mal! Oh, guck, war schwer. Ich weiß nicht, was dir passiert gerade. Warum sterbe ich so oft? Weil du einfach mal scheiße bist. Das stimmt eigentlich. Warum zählt sich das gerade jetzt so? Ist das ein Bordstag oder was? Fick euch, ey. Fick, fick. Oh, schick, fick. Ich hab kein Problem. Niemals. Ich habe gedippt. Oh, du hast gedippt. Ja. Dibididabidibu. Nur, dass ich mich verrecke. Ich verrecke auch nie. Dann bin ich immer verreckt. Das nicht. Letztes. Zehn Minuten. Er ist nicht mehr in Absicht. Nein! Das ist die Wahrheit sogar. Ich bin instant behindert. Ich weiß. das klingel nach das nicht verlieren da uns die sie aus aber kriegen das ist eine frage aber vielleicht kommen die linke müssen wir ihn töten und dann kriegen wir den schwert das wäre eigentlich ganz geil wäre auch geil er hat er wird schwer sein wirft er mit Bommens und Scheiß hey außerhalb der Wendt aber feilen Bogen aber gibt es nicht feilen deine Fresse auch Feuerblume ich bin der Mario ne Bräume eine Kiste packen na ja die Kiste nämlich in die Minde ne nicht dass ich den irgendwann bunten hast wie du siehst du? ich gehe in den Gebäuden eh nie mehr rein das ist nur einmalig später sind die Ewigkeit einmalig einmalig oh einmal malig das mag ich ist das Kupfer oder ist das na ist Kupfer Kupfer ist orangen wenn du den Höhen Ölentrank da benutzt heute soll ich mal benutzen da wo ich bin nischt so ist nur die Schatten drohen um mehr auch nicht naja höchstens an der Decke noch ein bisschen Alimenti zu euch kommen durch die Hölle in meinen Dschungel oh was ist denn das? oh was ist denn das? oh hallo Schildkröte dum dum was ist das da in der Wand? ist nichts mehr ah du Kackvieh äh in den Dschungel gibt es übens viele Ninja Viecher die kommen einfach von oben ohne dass du es weißt oh was ist das? ich kann das nicht abbauen ich glaube ich habe Chlorophyt-Ohr gefunden ich kann das nicht abbauen das ist ein Alimenti-Ding? ja ich meine Spitzhacke ja was? ich glaube da gerade schon hundertmal rupf oder so es gibt aber nichts besseres was man gerade abbauen kann ist das Dschungel? scheiße das ist Dschungel ich habe nämlich schon gedacht oh dass ich im Schneebium auch mal suchen soll solltest du vielleicht mal äh weil ich glaube da gibt es das äh Dingensen Ohr äh Platinum aus dem Scheiß ich habe noch mehr Chlorophyt-Oilfen dann sieht das aus grün wie mit Gras bewachsener Matsch das ist schlecht in der Wand aber ja in der Wand ich finde gerade Kisten die räume ich aus und lasse stehen ja war nicht am Anfang nur wichtig ja ein bisschen Alimenti für Nick aber ist auch nicht gerade viel dann haben wir die geile Rüstung dann brauchen wir die Rüstung noch mehr Chlorophyt-Oilfen warum was zum Neue Dinge nein ich kann das nicht abbauen ich habe hier schon so übelst viel gefunden das ist echt nicht selten wenn wir den Ofen noch irgendwann brauchen dann habe ich genommen ja ich habe auch noch auf meiner Seite für die äh nächsten Öfen ich kann ich nicht abbauen oh ist nett ein Totem ein Totenkopf Totem eine Statue Vanitas Statue oh wenn der Vanitas sei soll der Tod geil das ist echt scheiße eigentlich vielleicht werde ich sterben nur weil ich das abgebrot habe hm hey was ist das da bitte schön echt dunkel hier man ach schon da kann er durchschießen scheiße also dieses Chlorophytor wächst anscheinend wirklich in Matschblöcken hm also muss ich echt mal in Schneewium gucken hm er ist neu das Gebiet ich kann mir vorstellen dass du auch ein neues Erz gibt also ne neu ist es nicht eigentlich Schnee hab schon immer Neues Erz? ja gab Schnee echt schon immer? ja weil nicht so tönen und so alt nur ach b na er ist noch viel davon von dem neuen Erz das kann doch nicht besser sein als Dinge in diesen hier das ist übel jetzt besser anscheinend weil ich das ja nur nie abbauen kann ja Ne äh, den Gänsel war doch nicht der Beste. Oh, ich hab gar nicht viel von... Was? Anomatid Watt, Obsidian Rose gepanzert? Ach, das ist die Scheiße, ne? Ah Äh Wie nennt sich das? Äh, diese Hell-Oat-Rüstung hatten wir damals so... Aber wie jetzt heißt Die übelst Motion Blur Oh stimmt, es gibt so eine Hell-Oat-Dinger... Ah ne, das waren ja diese drei Dinger zusammen. Hobalt Mithril Ah, stimmt, ja Also brauchen wir doch Mithril Nein, äh, bei den Dingern steht ja nicht mehr mit Material Ach so Wir können die nicht mehr zusammenfügen Ok, gibt's die Rüstung an Strand doch nicht. Ne, es gibt Hell-Oat-Bars Hab ich vorhin gesehen Wie macht man sich die? Die muss man finden Hä? Äh, nicht finden. Ich denk mal, du musst das Erz erst davon finden Na, musst du mal in den Untergrund von deinem Hell-Oat-Gebiet gehen Ah, ja, stimmt Hm auch auf 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 holol wir gehen mal die macht immer kacken ich geh grad hier unten alles lang ein kurzer Decke und dann geh ich da hin um der oder ein bisschen Alamantite von Kopp eigentlich aber man sieht den schönen die Tür geht es ja nicht da ich habe nur na ja nur 99 alle vorhanden das ist nicht viel 18 oder so 20 in den 90 also 100 füchtern und dann sehen wir uns das ist nicht eine 24 24 wir könnten eine Rüstung frei machen es gibt das Video auch erzahlen zwei oder drei ich habe er ja wir hatten zwei was sie von der 2 18 und da er damit die Gäste und kommen nach oben mit kurier was hast du eigentlich schon von Adamantik gar nichts nur die Spitze alle und ich habe fast auch neben dem Kopf den Verschwert den Kopfer so ein Koffer nicht das es war ein mit Riechen darum würde ich nicht die Hose haben wir es noch ein Baf zu kriegen das scheint übelst hart zu sein das wird ein anderes Erzter mehr das Erzter hat die Abwunten kannst auch auf die Reihe jetzt viel in jeder Wand die Zwiebelöcke und keine Herzenheilchen die erste keine Heilchen er wird auf jeden Fall zwei Pflanzen von euch erst von mir ist sicher dass ich die Zähne habe im Video Und ich hab ne Flair-Garnit gefunden, die du eh nicht nutzt. Du hast den Mist der Welt. Ey, ich hab das nur wegen YouTube. Dann hätte ich nämlich auch die nicht. Könnte auch ohne den... Ah, noch mehr Alarmantit. Ja, greif mich doch an! Stirbst du? Niemals. Fick doch mal ins Knie, Alter! Das sind immer so scheiße viel! Ich bin nicht gestört. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Duda, Duda. Nein, 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 nein. Duda, Duda. Oh. Oh, wenn ich das hier... Oh, das ist ja schon viel! Fick doch Lauer, oder was? Ja, aber wenn ich die Lauer abbauen würde, würde man die ganze Seite überflutet sein mit Lauer. Boah. Oh, das war ja schon knapp. Die Höhenlinge sind echt scheiße. Äh, die fucken. Die spenden kein Licht. Ah, für die inneren. Wir sind's. Und die könnte man eigentlich auch für, äh, unten nehmen. Und im Keller. Im Keller muss irgendwie immer dunkel sein. Ah, die werden wieder so übelst dunkel. Ja, stimmt. Ich bin ein bisschen... ...mutsch. Fuck mich. Fuck you. Kommst du jetzt auf das schon wieder? Äh, wenn ich das nicht gerade so einem Ding sagen würde, sagen würde, so dringend Wunschützen. Fick dich. Und so. Alter, du schon, fuck mich. Oh, was macht denn die Vanitas-Statür? Das weiß ich nicht. Wie ist das Totenkopf? Wahrscheinlich töte der. Incentot. Das wär geil, der den Schalter betätigt stirbt. Hey, drück mal da. Oh, soll ich das mal versuchen? Oh, ich muss mal übelst die Meinen sein. Äh? Druckplatte? Da, nehmen eine Herz-Statür her. Hm? Jans, Jans, weiter weg. Die Toten-Statür. Das, der's nicht merkt. Wenn er drauf drückt, kriegt dann Leben und verreckt. Ah, stand. Ich glaube, das würde ich mit dir machen. Äh? Nein, das mache ich nicht mit dir. Oh, ich habe noch mehr Alarm. Titi von. Höchstens zum Treuelein, Jans, zum Schluss. Wenn wir nichts mehr brauchen. Vertraue dir jetzt nicht mehr. Nein, mir kann man immer vertrauen. Nee. Doch. Nicht, wenn du mir sowas gesagt hast. Kann man manchmal Angst runter springen in den Tunnel, wenn du Erster bist. Ich tue dir niemals. Äh, halt gesehen, wo wir mal gezockt haben. Äh? Ah, ich bin Erster. Ah, ich platziere immer Steine. Ey, das ist nicht wahr. Niemals, ne? Nein, niemals. Das denkst du. Von dir? Von mir. Von dir. Von dir?